Fototermin im wahrsten Sinne des Wortes vorm Gebäude der Stadtwerke Aue. Am Dienstagabend wurden hier die Gewinner des Fotowettbewerbs zum Thema Miteinander der Generationen geehrt und selbst abgelichtet. Zum Wettbewerb hatte der Verein Zukunft Westerzgebirge mit Unterstützung der Stadtwerke Aue aufgerufen. Im Gebäude gab es die Urkunden. Zuerst nahm eine Vertreterin des CVJM Schneeberg Neustädtel den dritten Preis entgegen. Das Bild »Gemeinsam schaffen wir's« stammt von Claudia Müller. Zu sehen ist, wie im offenen Kinder- und Jugendtreff drei Generationen beim Bau einer Treppe am Spielhügel helfen. Ein Foto von Doris Böhme brachte dem Kleingartenverein Glück auf Raschau den zweiten Platz. Die Kinder aus der Kindereinrichtung Zwergenland Raschau bei einem Besuch. Die Kleinen schauten sich genau um und nahmen alles in Augenschein. Inzwischen wurde ein Partnerschaftsvertrag zwischen der Kindereinrichtung und der Kleingartenanlage geschlossen. Sieger des Fotowettbewerbs zum Thema Miteinander der Generationen wurden die Tschollauer Heimatfreunde mit dem Bild »Jung und Alt unter einem Dach« der Hutzenstuben in der Wartburg. Der Verein bezweckt die Förderung der Heimatpflege, der Heimatkunde und des heimatlichen Brauchtums. Dabei erstrebt er, Überliefertes und Neues sinnvoll zu vereinen, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Beim Wettbewerb wurde dazu aufgerufen, Fotos einzusenden, die das Thema Integration mehrerer Generationen außerhalb des Familienbundes in der Liederregion Westerzgebirge abbilden. Menschen, die gemeinsam wohnen, arbeiten, Sport treiben, ihre Freizeit gestalten, Erfahrungen austauschen oder sich gegenseitig unterstützen. Über 30 Fotos wurden eingereicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017